Christian Lindner und Franka Lefeld gelten als das Traumpaar in der Politik- und Medienlandschaft. Er, der erfolgreiche Finanzminister, sie, die sympathische Fernsehmoderatorin. Im Sommer 2022 feiern die beiden eine echte Traumhochzeit auf Sylt. Gerne zeigt sich das Ehepaar auch auf den roten Teppichen, wie hier Mitte Dezember in Berlin. Doch so privat wie jetzt sehen wir die beiden nur selten. Gemeinsam besuchen sie das internationale Springreiturnier in Neustadt-Dosse. Franka ist bekennende Pferdefreundin, hat seit kurzem sogar selbst ein eigenes Pferd. Kein Wunder, dass dieser Ausflug ganz nach dem Geschmack der schönen Journalistin ist. An der Seite ihres Mannes strahlt die 33-Jährige überglücklich. Auch auf Instagram nimmt sie ihre Follower mit und lässt sie an dem Turnier teilhaben. Zur Stärkung gibt es für die beiden dann noch Currywurst mit Pommes. Private Einblicke, die eine echte Seltenheit sind.